Gelesen aus 365 mal eher von Wilhelm Busch 18. Juni Die Liebe sucht nicht das Ihre 1. Korinther 13, Vers 5 Ein Redner hatte seinen Vortrag beendet. Er schloss mit den Worten Ich habe Ihnen einige Vorschläge unterbreitet. Wir können jetzt darüber diskutieren. Es meine doch ja niemand, so etwas sei unser Textwort gemeint. Hier macht uns Gott nicht einige unverbindliche Vorschläge, wie die Welt verbessert werden könnte. Hier sagt er uns vielmehr, wie er uns haben will. Ein Kinderspiel ist es nicht, was uns da gesagt wird. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Dasselbe wird uns noch einmal gepredigt im Brief des Paulus an die Gemeinde in Philippi. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des Anderen ist. Diese Worte kann man nicht mehr auslegen. Wir alle werden wohl ziemlich fassungslos davorstehen und sagen. Herr, ist das wirklich ernst gemeint? Wo kommen wir denn hin mit solchen Lebensregeln? Bei uns heißt es doch, zuerst komme ich, dann kommt lange nichts mehr, dann komme noch einmal ich und dann, ja, dann kommt natürlich auch der Andere, aber eben erst dann. Ach nein, der Herr schweigt nicht. Er tut etwas. Er wird unser Bruder und lebt uns diese Regel vor. Sehen wir doch auf ihn, wie er für uns am Kreuz stirbt. Da sucht er nicht seine Ehre, seine Größe, seine Ruhe, seinen Profit. Da sucht er nur uns. Da sieht er nicht auf das Seine, sondern nur auf das, was des Anderen ist. Dieser Herr und Heiland will nun durch den Heiligen Geist in uns Gestalt gewinnen und uns seinem Bild ähnlich machen. Erneuere mich, du ewiges Licht, und lass von deinem Angesicht mein Herz und Seele mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllt sein. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen. Amen.